Servus, grüßte und herzlich willkommen im LS17 auf der Klingenbach mit Birnen Wolperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so zuschaust, wie ich hier so vorwärts mache und so. Genau, ich habe jetzt gerade noch das Gras mit der Schaufel vom MB-Trag so ein bisschen dahinter getan, damit es auch häckselgut wird und habe es gerade zu 100% verdichtet. So, und das müsst ihr mir, glaube ich, hier irgendwie auf R drücken, genau, und dann auch. Ja, okay, egal, so, guckt halt ein bisschen was unten raus. Das ist mir jetzt auch egal, so, genau. Ja, was wollten wir denn eigentlich heute sonst noch machen? Also wir haben jetzt da so ein bisschen häckselgut am Start. Und ja, jetzt, hm. Aber da kommt man gerade, dann hätten wir es gerade auch schon gestern merken können, gell? Egal, egal, alles nicht so schlimm. So, wir könnten nochmal Gülle rumblödeln. Da habe ich es aber, ehrlich gesagt, auch gerade keine Lust dazu. So, da brauchen wir nämlich einfach ein größeres Güllefasser. Das habe ich ja letztens schon gesagt. Hupsi. Okay. Weg mit dir. Ein Stück rückwärts. Jetzt holen wir uns mal eine Palettengabel und dann fahren wir mal zum Sägewerk und gucken, was die Paletten da so machen. Vor allen Dingen haben wir ja da auch ein Phänomen noch gehabt mit diesen komischen, ähm, Hackstückeln, die da so diese... So, du bist die Palettengabel, gell? Genau, dich will ich jetzt haben, bitte. Sehr schön. Ja, und dass ich immer wieder blink rechts, das hat den Hintergrund... Habe ich jetzt da irgendwas weggeschubst? Nein. Das hat den Hintergrund, ich habe die Tastenbelegung etwas geändert. Früher hatte ich da links immer, also auf rechts blinken, was jetzt ist, auf der Schaltwippe rechts so gesehen, ähm, einen Kamerawechsel. Nachdem ich aber im Eurotrack-Simulator da immer blinke, ähm, habe ich das jetzt hier auch mal auf blinken umgesetzt und ja, ich habe mich noch nicht so ganz dran gewöhnt. Schon komisch, der Mensch ist so eng gewohnt jetzt hier. Aber ich wollte hier auch immer wieder, wo ich blinken wollte, dann doch immer die Dinger benutzt und ja. Also es hat alles hinten und vorne immer zusammenpasst. Und deswegen muss ich mich hier ein bisschen an die neue Tastenbelegung gewöhnen, aber das geht schon. Alles kein Thema. So, das ist wahrscheinlich jetzt... Warum schaltet denn das Ding nicht mehr aus? Hm, sehr merkwürdig. Ach, egal. Ist doch wurscht. Auf jeden Fall war das jetzt übrigens ein bisschen mehr als ein Ladewagen, was wir jetzt da im Silo haben. So, Sägewert, richtig. Ja, richtig. Also ein bisschen mehr als ein Ladewagen ist jetzt im Silo. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber mein Gott. Lassen wir es mal so. Ich muss schon wieder einen Schluck trinken. Grüß dich. Immer gefährlich. Trinken und fahren. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein Ladewagen haben wir jetzt aus der gedüngten Wiese rausgeholt. Ich glaube beim letzten Mal war es ein Ladewagen voll oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall brauchen wir, wenn wir mehr Tiere haben wollen, dringend mehr Wiesen, größere Wiesen. Wir brauchen aber auch dringend mehr Felder und überhaupt und allgemein brauchen wir sowieso dringend ganz viele neue Geschichten. Das Problem ist nur da oben der Kontostand. 28,4. Knapp 28,5. Damit zerreißt man nichts. Nicht mal annähernd. Nicht ein bisschen was. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier beim Sägewerk nicht die Paletten holen können. Der hat doch ein paar Paletten gemacht, ne? Da waren wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Da stehen auch so lustig Paletten rum und da oben ist auch eine Palette. Die hat er wohl gebaut. Jetzt pass mal auf. Ich möchte jetzt nur schnell eins gucken. Also das ist die Palette, die haben wir wohl produziert. Hupsi. Was mit dem ganzen Zeug hier ist? Keine Ahnung. So, und du sagst, du hättest noch Holzstämme drin und du hast auch noch Brennstoffe. Ach, Bretter-Output ist aber auf 100%. Sind das hier die Bretter? Aber was mache ich denn mit den Einzelbrettern? Äh, ich will dich mal nicht. Kann ich dich auch einfach mal mitnehmen? Ich möchte mal wissen, ob ich das verbrenne. Schau, da unten steht, das wären Hackschnitzel. Das wären jetzt 11% Hackschnitzel, die ich jetzt da trage. Also sind das nicht die Bretter wahrscheinlich. Aber ich möchte mal wissen, ob ich die da reinschmeißen kann eventuell. Zum Verheizen wieder. Schaut so aus. Na gut. Dann holen wir doch mal diese Palette da oben ab. Vielleicht stört... Ja, aber die müssen wir da ja weiterfahren. Ich weiß nicht, was ihn jetzt da stört, warum er da nicht mehr will. Welche Bretter hat er denn so 100%? Hm. Müssen wir noch mal kurz gucken. 140. Huch. 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 Ganz weg. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass ich die Dinger hier mit der Hand rumtüteln muss, oder? Keine Ahnung. Ja, aber die Paletten, die würden ja automatisch weiter vorfahren. Das sind schon diese Bretter hier irgendwie, oder? Ich habe keine Ahnung. Es ist gerade nicht sein, dass ich die alle mit der Hand wegtun muss, oder? Ich kann ja mal da hinschmeißen. Sagt immer noch 140. Welche zählen denn hier eigentlich jetzt bitte? Das kriege ich ja nicht. Huch. Meine Herren, du. Ah, das sind schon die hier. Okay. Ja, da muss ich ja mal mit einer Polterzange kommen, das Zeug weggreifen. Aber das sind für ihn auch Hackschnitzel irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Was ich mit den Einzelbrettern machen kann. Ich meine, ich kann die hier reinschmeißen. Auch lustig. Okay, das ist aber auch mal eine Arbeit für später mal. Auf jeden Fall habe ich ja auch gesehen, der hat ja hier auch schon so Bretterpaletten stehen für uns. Ich hoffe, das sind mal echte Bretterpaletten hier, dass wir die auch mitnehmen können. Dann klauen wir uns doch mal welche. Die Frage ist nur, wie hoch sind die? Ich habe scheißbar doch mal ein bisschen. Als erstes stellen wir mal die Schaufel gerade, äh, oder die Gabel gerade. So, dann gehen wir noch ein bisschen runter. Ich würde sagen, noch ein bisschen runter, oder? Ja. Ja, das kommen wir doch ganz gut rein da. Ja, nee, wir müssen die auf den Blick. So ein bisschen vielleicht. Ich muss wieder rein. Ich sehe ja gar nicht. Nee, das geht auch nicht. Ich sehe ja gerade gar nicht, was ich mache. Ich glaube, ich muss die noch ein bisschen runter tun. Ja, das ist es. Hupser, so vielleicht. Na, irgendwo steht er aber an jetzt gerade, hä? Ja, ich und Frontlader arbeiten. Zwei Welten treffen aufeinander, vor allen Dingen, wenn man nichts sieht dabei. Oh, oh. Das macht keinen gesunden Eindruck. Moment. Ah, ja, das macht einen ganz ungesunden Eindruck, was du da machst wolle. Oh, oh. Oh, oh. Schauen wir mal, ob wir die da rauskriegen ein bisschen in eine andere Richtung. Aber bitte nach vorne gucken jetzt diesmal. Nee. Müssen wir doch außerhalb machen. Ich treffe da jetzt rein, oder? Ja, und das ziehe ich ein Stückchen zurück. Die Paletten sind lustig. Qualitätsholz zerstört bei Wolle. Ja. Sorry. Dann versuchen wir diesmal wieder hinzustellen. Oh Gott. Ja, geht doch. Geht doch. Okay, das heißt, ich muss hier also mal per Hand diese ganzen lustigen Dinge alle wegtun. So, wir stellen mal die Gabel. Die Gabel tickt anders als die Schaufel, oder? Nee, jetzt ist sie eigentlich auch gerade. Naja, doch, das passt schon. Und jetzt gehen wir mal runter ungefähr auf die Höhe. Und jetzt versuchen wir da vorne reinzukommen. Und das ist natürlich der wesentlich spannendere Ding. So, zum Beispiel. Schau mal, nichts sehe ich das von innen eigentlich. Gar nichts sehe ich von innen. Das ist das Problem. Also ich bräuchte da einen Einweiser. Ich habe da keine Ahnung. Ich sitze jetzt irgendwie total... Hm. Ich mache es mal von da. So schaut es aber jetzt ganz gut aus, oder? Ja. Ja. Okay. Und. Palette geschnappt. Hahaha. Ich habe die Palette geschnappt. So, mit der fahren wir jetzt zur Kartonfabrik. Die ist ja auch gleich hier um Eck. Aber ich kann nicht den ganzen Weg rückwärts fahren. Da wäre ich ja... weg in der Birne. Oh, das siehst du mal. Toll. Haben wir schon verloren. Also das ist... Nein, ich bin doch gar nicht so scharf um die Kurve gefahren. Warum liegt denn die jetzt da rum? Was soll denn das? Ah, Spiel willst du mich vergag eiern, oder was? Ich will jetzt eine Palette da zum Kartonwerk bringen. Und das Spiel machen wir so lange. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Ne, nicht... Oh, guck mal. Voll vorbei ist auch daneben. Und wie war das? Äh... Steck jetzt drin? Nein, das täuscht so dermaßen vom Traktor raus. Das ist der Wahnsinn. Ein Stückchen zurück, ne? Ein Stück... Stückchen... Zurück. Hä? Äh, das war nix. Komm, wir versuchen es nochmal umzuschmeißen. Also grad zu stellen, ne? So, dann brauchen wir aber das mal so. Ich glaube, irgendwann nehme ich den Mod raus. Na, und, und, und... Steht wieder. Haha. Sehr gut. So, probieren wir es dann nochmal. So, wir stellen die Gabel gerade. Gerade stellen wir die Gabel auf Null. Dann gehen wir runter auf... Ne, so... So ungefähr, würde ich mal sagen. Das ist ziemlich hoch. Ja, da sind die Null-Angaben wieder anders. Ja, mit der Schaufel habe ich es eingenullt gehabt. Genau. Okay. Nächster Versuch. Ich bin doch echt nicht so schnell gefahren. Also bitte, das kann doch nicht einfach von deinem Dings fallen, oder? Sollen das? Ich meine, wenn ich schräg gestellt hätte, weiß, äh, nicht schräg gestellt hätte, meinetwegen. Na, schau mal das. Hallo? Na, super. Na, super. Oh, man. So macht keinen Spaß. Nein. Zumindest bin ich schon mal ganz geübt im Hinstellen. Hm. 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 Na, wir sind doch eigentlich so ganz gut drin. Wir gehen noch ein Stückchen runter. Auf Minus... Zehn. Na, aber was ist denn da jetzt los? Wo hängt er denn schon wieder? Ach, das ist doch echt nervig. Ey, schau da doch den... Es hätte beinahe ein schlimmes Wort gesagt. Ehrlich. Das kann's doch nicht sein, oder? Wie kann man sich denn so dermaßen anstellen? Gibt's ja gar nicht sowas. So, jetzt fahr ich aber wirklich mittig rein. Hier. Warum hängst du... Teil? So. Echt auf Minus 3? Ja, super. Das bin... Oh, nee. Jetzt ernsthaft. Also, das ist... Dann schmeiß ich's dann gleich hin. Ich fixe es da rein. So. Jetzt probier ich's von der anderen Seite. Jetzt probier ich's von der anderen Seite. Vielleicht geht's ja von da aus besser. Vielleicht, vielleicht geht's ja von hier aus besser, ne? Ich weiß es noch nicht. Wir werden's sehen. Also, wir haben gesagt, so mit Minus... Nee, mit Minus 3 ist eigentlich auch ein Quatsch. Eigentlich müssen wir aber gerade reinkommen. Eigentlich müssen wir aber da ganz gerade reinkommen. Wenn wir das Ding jetzt so auf Null setzen erst mal... Jetzt setzen wir uns mal da vorne hin. Fahren vorwärts. Vorwärts ist schon ganz gut. Vielleicht hätte ich doch mein Kramer behalten sollen. Kramer, ich vermisse die. Schau mal. Irgendwie passen die Collies hier nicht von dieser blöden Palette. Runter. Ich dürfe doch die jetzt gar nicht schieben können, oder? Wieso schiebt dann die schon wieder? Schau mal, das... Ah, das gibt's doch nicht, oder? Ich bin doch jetzt wirklich fast gerade drin. Nein, nein, nein. Das ist alles nicht gut. Wie tief muss ich denn da gehen, damit ich da reinkomme? Eigentlich müsste ich so... Schau mal. Ich stehe schon wieder drunter. Das gibt's doch nicht, oder? Schau dir doch den Mist an. Ehrlich gesagt, das ist doch Blödsinn hier, was ich da mache. Ich weiß nicht, warum ich mich da gerade so dermaßen blöd anstelle. Aber eigentlich müsste das doch so funktionieren, oder? Also ich verstehe es nicht. Das gibt's nicht, oder? Das gibt es einfach nicht. Ich kann die nur hinschmeißen. Blödes Ding, du... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es war hier eine Stunde... Eine Folge, nicht eine Stunde, eine Folge rum mit diesem... Quatsch hier. Auch da... Wo... Wo fummelt denn der umeinander? Na, meinetwegen... Wenn du jetzt oben bleibst, ist mir alles recht. Ganz ehrlich. Wir fahren jetzt mal ganz vorsichtig aus in der Außenansicht. Ich will das jetzt nicht mehr großartig bewegen. Ich will das jetzt nur noch in die Kartonfabrik bringen. Und gucken, was da passiert. Und die Kartonfabrik ist ja auch gleich hier oben. Das ist ja gleich das Ding hier gegenüber, glaube ich. Na, genau. Soweit ich weiß. Das sind jetzt nicht die Strecken. Jetzt hoffe ich nur, dass diese Palette hier... Einfach mal da oben bleibt, ne? Na, jetzt schaut es eigentlich ganz gut aus. Bis auf das, dass ich da mittendrin stecke. Hm. Und dieses lustige Rumgewackel hier... Du bist schon die... Ich schaue jetzt mal schnell. Du bist schon die Kartonfabrik, oder? Ja, hier hat... Hier hat... Kartons. Du bist schon die Kartonage, glaube ich. Gell? Hackschnitzel, Leerpaletten, Kartons. Jawohl, du bist es. Also wir versuchen jetzt mal hier die Palette hinzubringen. Wo bringen wir denn die hin? Ich würde sagen hier. Und dann tragen wir noch so ein Hackschnitzel rüber. Und dann bringen wir noch ein Hackschnitzel. Das tragen wir rüber. Und dann muss ich mal gucken, ob ich diese Einzelstückerle... Diese Bretter, die hier einfach so rumliegen und nichts tun... Wenn es da Auto kommt und mich umnietet, hey, dann kriege ich aber... ...einen Hass. Ne, warte mal, du brauchst ja Paletten und kein Holz. Oh Gott, wo ist denn meine Palettenfabrik? Moment, Moment, Moment. Ich bin ja hier gerade falsch mit dem Zeug, oder? Leerpaletten. Leerpaletten. Ich habe ja keine Leerpalette. Ich habe ja... Oh, wo ist denn meine Palettenfabrik gleich wieder? Ach du... Schande. Schande, Schande, Schande. Ähm... Bitte. Du bist der Viehhändler, gell? Das ist blöd. Wo ist denn das? Die Palettenfabrik? Wo sind die jetzt wieder? Hm. Also du bist der Viehdandler. Ach, jetzt hätte ich da fast diese Holzstapel rübergebracht. Das ist ja gar keine... Ach, das ist doch jetzt wieder blöd hier alles. Oh Mann. Hm. Leerpaletten, Leerpaletten. Die mache ich aber nicht im Sägewerk, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, warum sollte ich die im Sägewerk machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da ist... Da vorn ist noch irgendwas. Moment, 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 Moment. Lass mal kurz gucken. So, was bist denn du für einer? Da kann man aber auch Holz her tun. Ah, ach du brauchst Holzstämme. Oh. Verdammte Tat. Ja, was mache ich denn jetzt mit meiner Palette Holz? Soll ich da eine Palette Holz fahre ich jetzt spazieren? Was mache ich jetzt mit euch? Was mache ich denn jetzt mit dir? Ups. Keine Ahnung, was mache ich jetzt mit dem Zeug? Jetzt bin ich überfragt. Jetzt fahre ich erstmal den Traktor aus. Okay, also das war jetzt mal grad nix. Okay, Holzstämme muss ich da drüben anliefern. Dann machen die mir da Paletten draus. Und das hier sind Bretter, ne? Ja, verdammte Tat, verdammte Tat. Wo tue ich denn diese Bretter hin? Hm. Bretterpaletten. Ach, da muss ich jetzt nochmal gucken. Jetzt bin ich ja so grad total... Ich hätte es gemeint, ach, das tue ich jetzt da drüben rein und alles ist gut. Okay, der da vorne braucht Holzstämme. Da macht er mal Paletten, Leerpaletten. Und der hier macht mir Bretterpaletten. Ei, ei, ei. Und der da vorne will Bretterpaletten. Nein, der will keine Bretterpaletten. Der will Leerpaletten. Und was mache ich mit meinen Brettern? Die muss ich irgendwo unterkriegen. Da muss ich mich mal schlau machen zwischen der und der nächsten Folge. Mal gucken, wer schneller findet. Ihr oder ich. Auf jeden Fall ist das Quatsch, was ich hier vorhatte. Das ist dumm. Weil, ne, das... Gell, das ist... Packschnitzel und Leerpaletten willst du haben. Und dann gibt es Kartons. Genau. Und Leerpaletten kriege ich da drüben. Aber die kriege ich nur aus Holzstämmen. Und was mache ich jetzt mit den Brettern? Ja, wie gesagt, ich muss mal suchen gehen. Ich gehe mal suchen, wo ich diese Bretter unterbringe. Derweil bleibt es mal hier so stehen. Ah, nicht zu nah hin. Das geht alles wieder kaputt sonst. Also ich suche das mal. Mal gucken, ob ich es finde. Wenn nicht, dann gucke ich mal, was ihr in den Kommentaren schreibt. Ich bin mir sicher, der ein oder andere hilfreiche Kommentar kommt mit Sicherheit. Sägewehr, Holzstämme leer. Yeah, hey. Okay, und ich laufe jetzt mal über die Karte und gucke, wo ich diese blöden Bretter unterbringe. Weil das ist doch gerade echt doof. Und du willst echt Holzstämme. Wieso willst denn du Holzstämme? Warum willst du nicht meine Bretter? Hm? Warum willst du nicht meine Bretter? Das hätte ich jetzt voll in Ordnung gefunden. Wenn du meine Bretter genommen hättest. Aber das machst du nicht, gell? Und was bist du da drüben? Du willst sicher auch kein Holz. Ich wollte aufhören, oder? Jo. Wollte ich. So, wo ist denn hier dein Dings? Ne, du willst was zum Essen, ne? Ausgabe, Wurst. Ausgabe, Fleisch. Eingabe, Tieranlieferung. Ja. Steht ja alles groß da. Also der will das auch nicht. Wie gesagt, ich laufe jetzt mal rum und ich glaube doch, ich werde es wahrscheinlich schneller finden, als der Kommentar kommt. Weil ich nehme es dann gleich noch eine Folge auf. Aber vorher gucken wir erst einmal. Ach, da kann ich Viecher unter... Ah, ja. Echt? Was mache ich denn hier? Schafe entladen? Oh, nee. Das sind so Zwischenlager, oder? Alles klar. Ah, ist hier laut. Also, wie gesagt, ich hoffe, hier hat die Folge jetzt trotz allem gefallen. Ich suche jetzt mal, wo ich meine Bretter unterbringe. Und wenn ich es gefunden habe, dann starte ich gleich mit der nächsten Folge. Und wenn nicht, dann nicht. Genau. Alles klar. Jo, dann bis zur nächsten Folge, gell? Mach's gut. Bis dahin und ciao, ciao und servus.